Wenn du arm bleiben willst, unterhalte dich mit Armen über Religion und über heilige Bücher. Und wenn du in der Mittelschicht sein willst, dann unterhalte dich mit Menschen aus der Mittelschicht über Religion und heilige Bücher. Ich glaube, die meisten Menschen haben das so noch nie gesehen. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder aus einem Buch herausholt, was er gerade herausholen will. Wie denkt eigentlich Gott über die Reichen? Die Bibel sagt eine ganze Menge über Geld. Schauen wir uns heute an, was die Bibel wirklich über Geld sagt. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Gründer des VIP-Sieben-Jahres-Kurses, der, wenn du ihn machst, dich in sieben Jahren finanziell frei machen kann. Ich habe etwas ganz Interessantes von Martin Walser gehört, dem großen deutschen Schriftsteller. Er hat gesagt, niemand liest mein Buch, jeder liest sein Buch. Und er hat das dann auch erklärt. Er hat gesagt, in dem Moment, in dem wir ein Buch kaufen, lesen wir genau das in dem Buch, was wir in dem Buch lesen wollen. Und darum liest jeder sein Buch. Ich spreche jetzt hier nur beispielhaft von der Bibel, weil ich bin so erzogen worden. Aber ganz gleich, welches heilige Buch du liest und welches heilige Buch dir wichtig ist, du wirst immer diese drei Dinge finden, über die ich jetzt spreche. Und ich habe festgestellt, dass es drei Schichten gibt, die jeweils die Bibel anders lesen. Die drei Schichten kennst du. Die Armen, die lesen die Bibel in Bezug auf Geld ganz anders. Sie finden Texte, die sagen, Geld ist böse. Die Mittelschicht liest die Bibel wiederum ganz anders. Und sie finden solche Texte wie, ich bin dankbar für das, was ich habe. Die Reichen lesen die Bibel wiederum ganz anders. Und die haben dann in der Bibel erkannt, Gott bestraft die Armen und belohnt die Reichen. Hey, wie ist das möglich? Es gibt doch nur eine Bibel. Glaub mir, wenn du mit Armen, mit Menschen aus der Mittelschicht oder mit Reichen redest, dann haben die jeweils eine ganz andere Bibel gelesen. Und alle haben Recht oder alle haben Unrecht, je nachdem, wie man das sehen will. Ich habe aber mit meinem Großvater mehrmals die Bibel gelesen, also dreimal. Und zwar richtig so mit Kommentaren. Wir haben uns dann immer freitags, nachmittags getroffen, haben wir dann sechs Stunden bis freitagsabends in der Bibel gelesen. Wirklich sehr gründlich. Und ich weiß, was ich dir jetzt sage, stimmt. Ich kann wirklich, ich kann wirklich davon reden. Lass mich dir etwas Wichtiges vorweg sagen. Die meisten Persönlichkeiten, die uns in der Bibel als Vorbilder geschildert werden, die waren sehr reich. Also wirklich sehr reich. Ungefähr 90 Prozent aller Menschen aus der Bibel, die da für uns als Vorbilder aufgebaut werden, waren extrem reich. Darum kann es gar nicht sein, dass die Bibel angeblich gegen Reichtum spricht oder für Armut. Das ist Quatsch. Was lesen die für eine Bibel? Aber es stimmt, dass es unterschiedliche Texte gibt. Und jeder kann die für sich interpretieren. Zum Beispiel die Armen, die lesen gerne einen Text aus Matthäus 19, 21 bis 26. Und ich sage es jetzt einfach mal mit meinen Worten. Das Bibeldeutsch ist nicht immer so ganz prickelnd. Wenn du ein guter Mensch sein willst, steht da, dann verkaufe einfach alle deine Besitztümer und gib das Geld den Armen. Und dann wirst du einen Schatz in deinem Inneren haben. Und dann folge mir nach. Menschen aus der Mittelschicht, die lesen dann gerne zum Beispiel Hiob 36, Vers 11. Da steht, wenn sie mir gehorchen und mir folgen, dann werden sie den Rest ihres Lebens in Wohlstand und ihre Jahre in Zufriedenheit verbringen. Eigentlich ein Gegensatz, oder? Und die Reichen, für die gibt es da eine ganz hübsche Geschichte in der Bibel, nämlich in Matthäus 25. Da will ein reicher Mann auf Reisen gehen. Und er hat drei Diener. Und er sagt, jedem der drei gebe ich eine bestimmte Geldsumme. Und zwar je nachdem, wie gut sie mir gedient haben. So gibt er dem Ersten zehn. Zehn Geldstücke. Talente heißt das da. Dem Zweiten gibt er fünf. Und dem Dritten gibt er nur einen. Übrigens wird die Geschichte in der Bibel mehrmals erzählt. Dann sind da andere Geldsummen genannt. Aber es ist immer genau diese deutliche Unterscheidung. Ich nehme jetzt also die hier aus Matthäus. Dann sind es einmal, der Erste bekommt zehn, der Zweite fünf, der Dritte eins. Weil ich dieses Beispiel unfassbar anschaulich finde. Also, der reiche Mann gibt seinen Knechten diese Geldsumme. Dem einen zehn, dem Zweiten fünf, dem Dritten ein Talent. Und er sagt, tu, was du kannst, um dieses Geld zu vermehren. Also, die sollen das investieren. Und dann kommt er nach einer ganzen Zeit wieder und dann fragt er den Ersten, hör mal, was hast du mit den zehn Talenten gemacht? Und er sagt, naja, ich habe deine Worte gut behalten. Ich habe richtig Gas gegeben. Ich habe die Kohle verdoppeln können. Hier ist dein Geld zurück. Doppelt so viel. Und der Reiche lobt ihn über die Maßen. Dann fragt er den Zweiten, hey, was hast du denn mit deinen fünf Talenten gemacht? Sagt der Stolz auch, ich habe die verdoppelt. Und auch ihn lobt der reiche Mann über die Maßen. Dann fragt er den Dritten, der nur ein Talent bekommen hat, was hast du denn damit gemacht? Und er antwortet, naja, hey, ich hatte Schiss. Also, in der Bibel steht es ein bisschen anders, aber so ist der Tenor. Weil du so ein strenger Herr bist, hatte ich Schiss. Und darum habe ich mein Talent lieber ganz vorsichtig vergraben. Ich habe es wieder ausgebuddelt, als ich gehört habe, dass du zurückkommst. Hier ist es. Und der reiche Mann verflucht ihn. Er nennt ihn einen bösen und faulen Knecht. Er beschimpft ihn. Er nimmt ihn das eine Talent weg und gibt es dem, der aus 10, 20 gemacht hat. Und dann gibt es etwas, das steht eben auch in der Bibel, was die meisten Menschen aber nicht lesen wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Nämlich der reiche sagt dann, der, der viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Und der, der wenig hat, dem wird auch das Wenige noch weggenommen werden. Und dann sagt der reiche Herr am Ende noch, der offensichtlich ein Synonym zu Gott ist, wirft diesen wertlosen Knecht nach draußen in die Dunkelheit. Boah, ist das nicht krass? Ist das nicht krass überhaupt so eine Geschichte? Und dann so vollkommen gegensätzliche Dinge in der Bibel? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, es ist wie im normalen Leben. Wir müssen uns die Dinge heraussuchen, die uns entsprechen. Die Dinge, die uns entsprechen. Ganz ehrlich, als ich das jetzt eben so vorgetragen habe, was die Armen da lesen, die Mittelschicht und die Reichen, was hat dich am meisten angesprochen? Der Satz der Armen, der Mittelschicht oder der Reichen? Du kannst es natürlich machen wie Mark Twain. Der hat mal gesagt, hey, ich möchte mich lieber nicht festlegen, ob ich jetzt im Himmel oder in der Hölle sein möchte. Denn ich habe an beiden Orten Freunde. Ich weiß, das ist ein heißes Thema, Religion und Glauben. Denn das ist ja nichts, was wir belegen können. Das ist ja nichts, was wir wissen können. Es ist ja eben nur ein Glaube. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns mit den Menschen über Glauben und Glaubenssätze unterhalten, die das Leben führen, das wir gerne haben wollen. Lass es mich ganz klar sagen, wenn du reich werden willst, dann unterhalte dich mit reichen Menschen auch über Religion und Bibel oder über andere heilige Bücher. Wenn du arm bleiben willst, unterhalte dich mit Armen über Religion und über heilige Bücher. Und wenn du in der Mittelschicht sein willst, dann unterhalte dich mit Menschen aus der Mittelschicht über Religion und heilige Bücher. Ich glaube, die meisten Menschen haben das so noch nie gesehen. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder aus einem Buch herausholt, was er gerade herausholen will. Und so holt auch jeder aus der Bibel heraus und aus anderen heiligen Büchern, was er erkennen will. Du hast verstanden, dass es mir nicht um die Bibel geht, es geht einfach exemplarisch um heilige Bücher. Wir holen das raus, was unseren Lebensweg rechtfertigt. Als ich mein Buch geschrieben habe, Der Weg zur finanziellen Freiheit, da hat mich Papst Johannes Paul II. eingeladen. Und ich hatte die Gelegenheit, eine Stunde mit ihm zu sprechen. Das ist sehr außergewöhnlich und ich war auch sehr tief berührt. Papst Johannes Paul II. hat mich extrem begeistert. Ich bin mit Vorbehalten dahin, sage ich ganz ehrlich. Aber ich war einfach so positiv überrascht. So ein weiser, kluger, freundlicher, liebenswerter Mann. Und wir haben auch über Geld gesprochen. Er hat ja mein Buch gelesen gehabt, was ich schon unglaublich fand. Und er hat mir gesagt, sag den Menschen, Geld ist gut. Sag ihnen, sie brauchen Geld für ein freies, gutes Leben. Und dann hat er mein Buch, meine Stiftung und auch mich gesegnet. Und das war für mich sehr berührend. Ich weiß, dass es auch Päpste gab oder gibt, die sehen das ein bisschen anders. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns mit den Menschen unterhalten, die dort sind, wo wir gerne hinkommen wollen. Mein Rat, umgib dich mit wirklichen Vorbildern. Menschen, die das Leben haben, das du einmal leben möchtest. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter. Und wenn du denkst, der oder die könnte dieses Buch hier auch gebrauchen, der Weg zur finanziellen Freiheit, dann leite dieses Video weiter. Denn so erfahren deine Freunde, dass ich mein erfolgreichstes Buch verschenke, was über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.